Die Lounge Control ist eine Form der Traktionskontrolle und perfekte Anfahrhilfe, die dazu dient, das erste BMW 2er Coupé optimal auf die Höchstgeschwindigkeit zu beschleunigen und den besten Grip auf die Straße zu bringen. Wir zeigen, wie sie funktioniert. Alles, was sie dafür benötigen, sind ihre Hände, ihre Füße und vor allem gute Nerven. Beim Anfahren mit der Lounge Control niemals die Lenkung einschlagen. So funktioniert's. Wir betätigen die Bremse und drücken die DSC-Off-Taste. Wir legen jetzt die Getriebeposition DS ein. Wenn wir jetzt das Gaspedal durchtreten, bleibt der linke Fuß fest auf der Bremse und es erscheint ein Flackensymbol im Instrumentendisplay. Wenn das Flackensymbol erscheint, haben wir drei Sekunden, um die Bremse zu lösen und die Lounge Control zu aktivieren. Drei, zwei, eins, los geht's! Maximale Beschleunigung, perfekte Anfahrhilfe und bester Grip auf der Straße. Das ist Lounge Control im ersten BMW 2er Coupé. Das ist Lounge Control im ersten BMW 3er Coupé.